Hallo Lifestyle-Freunde, hallo ihr Lieben zu einem neuen Video. Ja, heute zeige ich dir mal, wie du Best Secret VIP Diamond Member wirst. Und ich gebe dir noch eine kleine Überraschung mit an die Hand, so wie ich es gemacht habe, wie du schnell mit einem kleinen, ja, geheim ist das vielleicht noch nicht jeder von euch kennst, den Boost nenne ich es mal, wie du mit dem Boost noch schneller Diamond Member wirst. Deswegen bleib dran bis zum Schluss. Und wir starten jetzt mal durch. Wir legen gleich mal wieder los. Zuallererst zeige ich dir, welche Vorteile du als Diamond Member hast und, ja, warum ich es bin. Und zum anderen, danach gebe ich dir gleich Tipps mit an die Hand, wie du Diamond Member wirst, schnell und unkompliziert und natürlich auch noch den geheimen Boost. Ja, grundsätzlich natürlich setzt es voraus, dass du natürlich eine Einladung erhältst, eine kostenlose und grundsätzlich dem Best Secret der genialen Shopping Community beitrittst. Deswegen blende ich dir mal hier meinen Einladungscode ein. Solltest du diesen noch nicht haben und tu ihn dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du dann, solltest du noch kein Mitglied sein, einfach dir die Mitgliedschaft unverbindlich sichern. Dann natürlich musst du zuallererst Silber Member werden und dann Gold Member und dann kannst du Diamond Member werden, wie Silber und wie du Silber und Gold Member wirst. Das habe ich dir ja schon gezeigt. Ich verlinke es hier mal in der Infobox, schau dir es an und ansonsten schauen wir dann gleich, wie du Diamond Member wirst. So, zuallererst, was hast du? Was haben wir davon, wenn wir Diamond Member sind? Dazu klicken wir hier mal auf Entdecke die Vorteile. Und ja, ganz klar, du hast natürlich einen Sneak Preview auch hier. Das heißt natürlich, du kannst es hier dir mal durchlesen. Noch vor allen anderen Kunden haben sie die Möglichkeit, bereits am Vorabend auf die Produkte des nächsten Tages zuzugreifen. Shoppen sie entsprechend ab 18 Uhr, bevor irgendein anderer Kunde ist. Du hast da schon mal einen kleinen Vorsprung sozusagen. Dann natürlich auch extrem cool, Versandkosten frei. Heißt, ab sofort werden dir keine Versandkosten mehr berechnet. Finde ich ja mega cool, weil wenn du es als von anderen Shops kennst, sind ja die Versandkosten, ja, da könnte man sich für die Versandkosten ja tatsächlich auch immer noch einen schönen Artikel kaufen. Und tatsächlich, ja, dann natürlich noch besser, 30 Tage Retoure insgesamt, ja, ist ja mega cool. Also somit, ähm, ja, denke ich, vergesst niemand mehr seine Retoure, falls er zu dem Vergnügen kommt, dass er mal eine Retoure machen muss. Ähm, hat ja dann auch seine Vorteile. Dann, exklusive Designerware. Exklusive Designerware wird sozusagen für dich reserviert. Den Priority Restock, Alat. Auch mega cool. Ja, wenn, heißt natürlich, wenn Produkte ausverkauft sind, wirst du, ähm, vor allen anderen informiert. Halte dich fest, tatsächlich kein Mindestbestellwert. Das finde ich persönlich immer, ähm, sehr genial, denn, ähm, ich habe es ja mal schon mal angesprochen, diese Mindestbestellwerte, die nerven mich extrem. Wenn du mal ein, ähm, Produkt bestellen möchtest, das beispielsweise unter dem Mindestbestellwert liegt, da wirst du dann immer künstlich dazu, ja, ähm, animiert, noch etwas einzukaufen. Und hier hast du halt dieses Problem, den nicht, denn du hast hier null Mindestbestellwert. Was gibt's noch? Natürlich den Store-Gook, den exklusiven Store-Zugang zu den, ähm, Best Secrets, ähm, Shops, denn, na klar, hat Best Secrets auch in Deutschland beispielsweise auch Shops und, ähm, das ist ja mega genial. Natürlich, für alle, die es interessant ist, ähm, gibt's auch für die, äh, Empfehlungen, äh, Provisionen. Hier liegen die dann bei 7%, wie das genau lauft. Wenn du hier darauf klickst, kannst du dich darüber informieren. Dann natürlich die Warenkorb-Reservierung, äh, plus 60 Minuten. Was heißt das? Ähm, alle Artikel, die sie im Warenkorb legen, bleiben 60 Minuten länger, also 90 Minuten insgesamt reserviert. Da kannst du dich gemütlich der Zeit nehmen und, ja, schön shoppen. Was denn noch? Empfehlungsgutscheine. Ja, mega genial ist doch das, wenn du eine, ja, aktive Empfehlung tätigst, bekommst du 20% Rabattgutschein auf deine Bestellung. Ja, wie cool ist denn das? Überleg mal, keine 5, keine 10, nein, tatsächlich 20%. Und du kannst dir selber dann ausrechnen, was das heißt, gerade in der heutigen Zeit, was man da spart. Ja, mega cool. Äh, weiter geht's, äh, mit dem, ähm, mit dem Pre-Priority-Shipping. Ja, ihre Bestellung wird immer zuerst bearbeitet. Wir bieten ihnen eine kostenlose Express-Bearbeitung, sodass ihre Produkte noch schneller auf dem Weg zu ihnen sind. Ja, wie cool ist das denn? Also, ähm, ja, mega cool. Dann natürlich auch, ähm, das, hast du zusätzliche 10 Einladungsrechte, ähm, heißt natürlich, du kannst 10 Mal Freunde, Bekannte, Familie, ähm, ja, auch diese exklusiven Vorteile bieten, dass sie in den Genuss kommen, ähm, dass sie in den Genuss kommen, ähm, dieser, ja, tollen, ähm, Sparmöglichkeit und auch, ähm, des, ähm, dieser tollen Benefits. Und darüber hinaus, wenn du, ähm, ähm, äh, wenn du Diamond-Member bist, haben deine Freunde und Familienmitglieder sozusagen nochmal einen Vorteil. Sie werden automatisch, hier hast du es, ähm, sie haben 10 Mal das Recht, unser Geheimnis mit Freunden, Familie zu teilen. Diese erhalten automatisch den Silberstatus. Wir belohnen sie mit den VIP-Punkten, Gutscheinen und Provisionen. Ja, mega cool. Wie cool ist denn das? Und deswegen möchte ich dir hier nochmal einen Tipp mit an die Hand geben. Habe ich beim letzten Video auch schon. Das betrifft sowohl die Einladungen als auch die Empfehlungsgutscheine. Ähm, schau, ähm, schau, dass du die Einladungen wirklich auch per deinen Liebsten gibst. Und, ähm, Personen, die das auch nutzen möchten, die diese Vorteile erkennen. Deshalb sprich mit ihnen zuallererst, ähm, dass, ähm, dass sie diese, dass sie dieses, ähm, ja, dass sie diese, ähm, dass sie diese tolle Benefits auch nutzen. Weil sonst bringt es dir nichts und bringt ihnen nichts. Ähm, da natürlich die, ähm, du liest es ja immer wieder, aktive Einladungen, aktive Empfehlungen. Es setzt natürlich voraus, dass die, äh, Freunde, Bekannten auch mal etwas shoppen und behalten. Sonst wirst, sonst, äh, kommst du einfach nicht in den Genuss dieser Benefits. Und, äh, wenn du mit denen davor redest, dann, ähm, 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 ist das ein No-Brainer. Die werden die, die werden die Vorteile ziemlich schnell erkennen. Aber tatsächlich gibt es auch noch Menschen, die, ähm, 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 Luxusartikel, ähm, höherpreisiger kaufen möchten, für die das vielleicht nichts ist. Dann muss man das auch akzeptieren. Und, ähm, ja, der Nächste, die Nächste freut sich dann natürlich über deinen tollen Insider-Tipp. Ich hoffe, du hast das verstanden. Ansonsten schreib mich auch gerne mal an, kein Problem. Ähm, ja, dann die Tagesvollmachten, natürlich Zutritt zu den exklusiven Fashion-Stores mit noch mehr Privilegien. Das, ähm, gibt es natürlich auch wieder. Unbegrenzte Anzahl an Begleitpersonen, die du mitnehmen kannst. Du kannst mit deinen Freundinnen natürlich eine Shopping-Party im Store machen. Äh, mega genial. Special Events warten diesmal sogar auf uns. Da bin ich auch schon gespannt. Seien Sie der Erste bei Sales, coolen Partys und besonderen Veranstaltungen für Diamond-Member. Ich bin gespannt, was da, die, was da auf uns wartet. Ja, Personal Shopping, was heißt das? Steht ein besonderer Event vor der Tür. Sie möchten Ihren Stil ändern. In unseren Fashion-Stores können Sie eine persönliche Beratung buchen, der Ihnen zum perfekten Outfit verhilft. Rufen Sie dafür einfach den Fashion-Store direkt an. Ja, wie cool ist das denn? Für alle, die, ja, beim Styling Hilfe benötigen. Also, hier hast du die Chance. Ja, exklusiver Verpackungsservice. Sie, ähm, ja, du bekommst wunderschönes Geschenkpapier. Ja, ähm, ja, steht es ja in unseren Fashion-Stores. Dann natürlich auch, wie cool ist denn das Premium-Parken? Für unsere besten Kunden haben wir exklusive Parkplätze reserviert. Parken Sie in unmittelbarer Nähe zu den Eingängen. Ja, wie cool ist das denn? Richtig cool. Und hier siehst du es auch schon mal. Du benötigst für den Diamond-Status 2500 Punkte. Zeige ich dir aber gleich, wie du das erreichst. Ähm, zuvor möchte ich dir noch mal kurz die exklusiv VIP-Benefits zeigen. Ich spreche es mal noch mal kurz an. Also, ich, ähm, überfliege es kurz, weil durchlesen kannst du dir das dann selber. Ähm, das heißt, du hast jetzt als Diamond-Member dieses, ähm, Andrazit-farbene Badge. Dieses, ähm, ja, dieses Karo. Überall, wo jetzt dieses Karo ist, kannst du die Benefits, ähm, die Vorteile nutzen. Hier oben hast du immer die Newcomer, die reinkommen. Du hast Benefits aus dem Bereich Sport, Städtereisen, Gesundheit, äh, Gourmet, Reisen, dass du Upgrades beispielsweise erhalst, 50 Prozent, ähm, Rabatt auf Anwendungen. Dann den Entertainment, äh, Entertainment-Benefits, Beauty-Benefits natürlich auch, ähm, Living-and-Lifestyle-Benefits. Jetzt, äh, hier noch einige, ähm, für alle, die Fan dieser, ähm, äh, dieser Kreditkarte sind, Finanzdienstleistungs-Benefits und natürlich den Zugang zu den Stores, wie ich schon angesprochen habe. Denn natürlich, ähm, hat auch, wie ich es schon gesagt hat, Best Secret, natürlich Stores. In Deutschland beispielsweise, Donach, München oder auch sogar in Wien. Und ja, jetzt kommen wir auch gleich mal zu den Möglichkeiten, wie du jetzt natürlich Best Secret-Member wirst. Zuallererst natürlich ja ganz klar durch, ähm, hier hast du es ja auch schon durch Shopping. Heißt natürlich ein Euro gleich ein Punkt. Ähm, natürlich setzt es voraus, dass du dein Konsumverhalten umstellst und natürlich auch, ähm, hier shoppst, weil sonst, ähm, benötigst du diesen, ja, diese Shopping-Community nicht. Ähm, heißt natürlich auch, es gibt aber auch Specials, die auf dich warten, dass du sozusagen auch mal doppelte Punkte erhältst, ähm, dementsprechend Konsumverhalten umstellen. Hier noch ein paar Tipps für dich. Heißt natürlich, du vergleichst natürlich, ähm, den, ich habe es mal schon mal angesprochen, Vergleich macht reich. Dementsprechend, du kaufst ja natürlich da deine Produkte, wo sie am günstigsten sind. So mache ich es natürlich für mich. Ähm, wenn du anderer Meinung bist, kannst du es natürlich so, wie du möchtest, umsetzen. Das ist ja nur eine Empfehlung von mir. Ansonsten, ich habe es ja mal schon angesprochen, du kannst Geburtstags, ähm, Weihnachtsgeschenke, alle Art von Geschenken zuerst mal hier schauen, ob du dir die Geschenke hier shoppst. Ähm, du kannst, ähm, ne, in Anführungsstrichlein private, ähm, Sammelbestellung aufnehmen. Das heißt, du fragst deine Freunde, Familie, ähm, ob sie vielleicht etwas benötigen, bestellst es dann für sie, lass dir dann natürlich das Geld von ihnen wieder geben, dass du das bekommst. Und, ähm, ja, so gibt es beispielsweise einige Möglichkeiten, solltest du tatsächlich nicht selber shoppen möchten, aber ich denke, die meisten von uns werden diese, ähm, günstigen Luxusartikel auch hier dann shoppen. Natürlich dann auch, ich habe es ja auch schon mal angesprochen, klar, durch Einladungen bekommst du auch Punkte und, äh, kannst hier Menschen einladen, ähm, müssen aber natürlich aktiv sein. So, wir scrollen mal nach oben. Jetzt, ähm, hast du ja schon, wenn du Goldmember bist, diese 1500 Punkte. Ähm, heißt natürlich, dass dir im Prinzip zum Diamond-Status nur noch, ähm, ähm, 1000 Punkte fehlen. So, ähm, jetzt klicken wir mal darauf, wie du ja weißt, bekommst du als, ähm, als Goldmember, ähm, 5 Einladungsrechte. So, wir gehen zurück. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, 5, äh, Personen einladest, die dann aktiv, die aktiv, die aktiv, dass, ähm, die aktive, zu aktiven Einladungen werden, wie das passiert, habe ich dir ja schon gesagt, hast du schon mal 500 Punkte, fehlen dir eigentlich nur noch 500 Punkte, die du durch Eigenumsatz, äh, tätigen musst. Natürlich, ich habe es dir ja im Video zum Goldmember gesagt, es gibt auch immer Aktionen, wo du so Punkte sammeln kannst, regelmäßig, dauert halt etwas länger, ähm, als wenn du noch etwas, äh, dazu, ähm, durch Shopping beiträgst. Aber, jetzt halte dich fest, gebe ich dir noch den, ähm, den geheimen, in Anführungsstrichlein geheimen Boost mit an die Hand, wie du noch schneller deine Memberschaften erreichen kannst. Nämlich, ich blende dir das hier mal kurz ein, in unregelmäßigen Abständen bietet, äh, Best Secret sage und schreibe 500 Punkte an für jede aktive Empfehlung, die du tätigst. So, deswegen nochmal, habe ich es dir ja gesagt, nochmal so bewusst gemacht, warum es wichtig ist, dass du mit den, ähm, dass du mit den, ähm, deinen Freunden, Familienmitgliedern, äh, Bekannten dann sprichst, weil sonst bringt dir diese Empfehlung nichts. Ja, und wie cool ist denn das denn? Dann, das heißt natürlich für dich, wenn diese Aktion ist und du tust in diesem Zeitraum dann eine Empfehlung, eine aktive Empfehlung tätigen, dann benötigst du dementsprechend beispielsweise nur zwei Empfehlungen, um dann letztendlich Diamond-Member zu werden und das ist ja mega genial. Und keine Sorge, ich habe es auch geschafft, du schaffst es auch. Wie du das nachvollziehen kannst und wo du das siehst, zeige ich dir mal kurz. Wir klicken hier, wir klicken hier oben auf das Sparschweinchen, scrolle nun ganz herunter, ich zoome mal hier ran, hier siehst du schon die Punkteübersicht, das habe ich dir ja schon erklärt mit den Bonusgutschriften, die du immer sammeln soll, kannst, ähm, und auch solltest. Wichtig ist es, dass du das auch regelmäßig sammelst, um den Status aktiv zu halten und natürlich, ähm, wir gehen jetzt mal auf die, auf die Punkte, auf die 500-Punkte-Empfehlungen. So, ich bin mal in meiner Historie zurückgescrollt und hier hast du es nun diese Einladungsgutschriften, ähm, ganz klar nachvollziehbar. Das heißt, du bekommst zum einen, ähm, das unterteilt sich die 500 Punkte in 400 und 100 Punkte pro Empfehlung, heißt, dein, ähm, dein, dein, dein Freund, Freundin, die du hier einlädst, hat, ähm, nach Aktivierung, wenn er aktiv wird, bekommst du 100 Punkte und, ähm, nochmal 400 Punkte zusätzlich, insgesamt 500 Punkte, so sieht das dann aus. Und das ist sozusagen, ähm, Anführungsstrichlein, dein geheimer Boost. Wichtig, ähm, ich sag's dir nach wie vor, dass du halt den Newsletter abonnierst und auch, oder regelmäßig in dein, ähm, Best Secret Backoffice schaust, dass du diese Aktion halt nicht, ähm, ja, verpasst. Und, ähm, ja, so kannst du, so kannst du schnell Best Secret, ähm, VIP Member werden. Ich hoffe, du, ähm, hast mir, konntest mir folgen, ansonsten schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, dann mache ich nochmal ein Video bei Bedarf. Ähm, ja, hier hast du auch nochmal kurz den Überblick, ähm, wenn du ansonsten noch Hilfe zu Best Secret brauchst, die haben einen Help-Sender, das siehst du hier. Hier hab ich dir mal die, ähm, wie du Punkte sammeln kannst, nochmal aufgelistet, ähm, ganz klar kannst du Pause drücken, dass du durchlässt, durch Bestellungen, durch Empfehlungen. Oder natürlich auch, wenn du im Store selbst einkaufst, kannst du natürlich auch Punkte sammeln, ähm, musst dann nur deine Membership-Karte dann halt vorzeigen, dass dir die Punkte auch gebucht werden, also deine digitale Mitgliedskarte. Und natürlich, ähm, auch durch die, ähm, ja, Bonus-Punkte, die in regelmäßigen Bonus-Punkte, Bonus-Gewinnspiele und natürlich auch durch den Boost, die 500, ja, ähm, Shopping-Punkte-Aktion, die in unregelmäßigen Abständen mal immer wieder angeboten wird. Ja, ich hoffe, dir haben diese, ähm, Tipps gefallen und helfen auch weiter und du wirst ziemlich schnell Diamond-Member. Jetzt heißt es nur noch, die Diamond-Memberschaft zu halten, damit, ähm, durch halt dein, durch Umstellen deines Konsumverhaltens, habe ich ja schon ausführlichst immer mal wieder erklärt, wie das geht und natürlich regelmäßig am Ball bleiben und, ähm, Punkte sammeln und, ähm, ja, Spaß haben. Ähm, ähm, in diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen, lass mal ein, ähm, dickes, ähm, Like da und natürlich ganz wichtig für dich, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann, äh, äh, verpasst du keinen, keine wichtigen Updates und Videos mehr von mir, weil YouTube dich dann immer informiert, sobald ich ein Video online gestellt habe. In diesem Sinne wünsche ich dir und deinen Liebsten noch ganz viel Spaß und viel, ähm, Lifestyle. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder online. Dein Nico. Ciao, ciao. Ciao.